tada doch nicht ein weiter noch tada bevor wir weitergehen gehen noch mal oben da in das haus stufenaufstieg geht doch dort ist noch so eine raketen basis ach du heiliger bim bam ja das eis lecken tada die schriftrolle haben wir noch gar nicht gesehen schriftrolle gefunden die versteinerten gefrorenen überreste der prähistorischen kreaturen der skylands werden im museum der frost elfen unter freiem himmel ausgestellt früher konnte man miniatur modelle dieser großen wunder im souvenir laden kaufen aber der ist jetzt zu fest unter dem eis eingefroren schade tahini ok aber 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 haben es schon weiter ein eis ich komme seit den ländern wir gehen weiter wenn du bereit bist ich möchte erste kiste hier aufmachen es ist ja das recht wechseln wir schon mal ok so kopfluss allem auf geht die partie das war aber hier im zickzack war ich schaffe das haupt hauptsache es gibt immer schön eis am stil 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 nein nein er ist tot ich hab extra aufgepasst ich fahr echt immer am wogegen ne beim fahren der fährt ja auch und fliegt ja nicht auch jetzt aber mit schmack ist hier die zeit geht immer voll runter hier diesmal haupt wir sind schon mal weiter so ich glaube es nicht die kreisenden kackteile jetzt aber hier so geschafft selbst von herausforderungen freigeschaltet es gibt sicher den letzten hut was ist das denn für ein hut bärenfellmütze macht mir aber angst gut noch mal zu viel ranger wechseln ich setze zu landung an wirst du das in dieser zone sind es kein länder der technologie technologie wo nehme ich mal nicht mach mal schatz konto call aua würdest du diese blöcke bitte in die löcher befördern skylander nein extra nicht opfer so wenn man mit der ruhe das meine ratten schweine so meine buddies So, immer mit der Ruhe. Hä? Ach so. Eifer stehen. Du weißt, was würden wir denn nach oben? Aua. Geld. Geld, 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 Geld. Splop. Jetzt können wir weiter. Oh, schieß mal auf hier die Kacke. wir sitzen bei diesem tor fest aber vielleicht fehlt ihr ja etwas ein um uns zu helfen auf jeden fall ist da hinten schreibstoff ok den habe ich ja zwar den giant es ist fast in dieser zone sind skylander des elements stärker hier kommt der die hallo auf mich an zu blöde schaue ich mir an ok hallo aua sparen hallo so geht doch jetzt hält mich nichts mehr aus und dann können wir zu hallo hallo Bis zum nächsten Mal.